Weihnachten, die Zeit der Stille, der Einkehr und die Zeit der Weihnachtsbeleuchtung. Wir Österreicher lieben Weihnachtsbeleuchtung und lassen das auch gerne etwas kosten. 10 Millionen Euro allein die Stromrechnung für Weihnachtsbeleuchtung. Und dann kommt noch der Sprit dazu für die SUVs, die Heizkostennachreichung, weil der Öl- und Gaskessel alt ist und die Fenster undicht. Und das ist nicht nur schlecht für das Börserl, das ist auch schlecht für das Klima. Weil wir Blasenunmengen an Treibhausgasen in die Luft, weil wir Energie verschwenden. Aber da können wir etwas tun. Energieeffizienz. Energieeffizienz bringt's. Und wie machen wir das? Am besten im europäischen Gleichklang. Daher mein Wunsch und meine Bitte an Sie, liebe Frau Bundesministerin Köstinger, helfen Sie der Energiewende und unterstützen Sie verbindliche Ziele für die Erneuerbaren und die Energieeffizienz. Nur so können wir uns mit unseren wertvollen natürlichen Ressourcen in Österreich die Energiewende im Verkehr, Industrie und beim Heizen schaffen. Daher frohe Weihnachten und Effizienz bringt's. Das ist ein Wunsch und der Wunsch und der Wunsch. Das ist ein Wunsch und der Wunsch.